... Radikalinskis raussortieren hier. Wir können ja mal gleich was abstimmen. Ich lese mal vor. Sozialisierung. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. So. Ich wollte mal die Radikalinskis raussortieren. Ich wollte mal fragen, wer ist der Auffassung, dass so etwas mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nicht umsonst, ne? Sieh mal an, ihr alle hier schon vorbelastet, ne? Also, für den Rest muss ich sagen, es war Grundgesetz. Artikel 15, ne? Becksche Textausgabe. Ich steck's ein, ich stell's dir als Regal unter Satire. In München hat die SPD beschlossen, dass ihre Mitglieder nichts mit Kommunisten zusammen unterschreiben dürfen. Man muss sich der Aktionseinheit enthalten. Was aber ist Aktionseinheit? Im täglichen Leben kann es hier leicht zu Konflikten kommen. Dem wohlmeinenden Sozialdemokraten praktische Lebenshilfe zu geben, ist Sinn, Zweck und Inhalt der nachfolgenden Ausführungen. Wir hoffen, dass der wohlmeinende Sozialdemokrat beim Anhören des Nachfolgenden nicht gleich rot werden möge. Verkehr A. Privater. Bier trinkt der wohlmeinende Sozialdemokrat mit Kommunisten nie oder nur dann, wenn alle Anwesenden vorher eine schriftliche Erklärung abgeben, wonach das Saufen nur als Privat des Solches anzusehen ist. Das Nähere regelt danach eine beim Bezirk zu bildende Bier-Ernste-Schiedskommission. Merke, den Kommunisten erkennt man überhaupt immer daran. Er lädt den wohlmeinenden Sozialdemokraten zum Bier ein und unterwandert ihn dann stechenden Blicks. Verkehr B. Öffentlicher. Begegnet dem wohlmeinenden Sozialdemokraten auf der Straße ein Kommunist oder einer, der so aussieht, so wechselt er unverzüglich auf die andere Straßenseite. Am besten auf die rechte. Zeigt eine Verkehrsampel rot, so hat der wohlmeinende Sozialdemokrat sofort die Augen festzuschließen und Gas zu geben. Dem wohlmeinenden Sozialdemokraten ist das Tandem-Fahren mit Kommunisten streng verboten. Auch dann, wenn er nur die Absicht hat, zu bremsen. Schmerzielle Formen des Verkehrs, hier ehelicher. Dieser ist dem wohlmeinenden Sozialdemokraten mit einem bedauerlicherweise eventuell gutgläubig angeheirateten kommunistischen Ehepartner nur dann gestattet, wenn sich der kommunistische Partner vorher schriftlich verpflichtet, die eigentliche Handlung keinesfalls zur politischen Unterwanderung zu benutzen. In Zweifelsfällen ist einem Mitglied des Bezirksvorstands ein Schiedsplatz unter dem Bett in dreifacher Ausfertigung einzuräumen. Misch-Ehen sind nur dann zulässig, wenn sich beide Partner vorher schriftlich verpflichten, eventuell bedauerlicherweise zu erwartende Kinder zu rechten Sozialdemokraten zu erziehen. Das Nähere regelt der Papst. Haus und Heim. Der wohlmeinende Sozialdemokrat vermeidet bei der Einrichtung seiner Wohnung rote Vorhänge, rote Hand- oder Tischtücher, rote Bettbezüge. Diese könnten am Waschtag beim Trocknen leicht zu Missverständnissen unter den Nachbarn führen und damit der Partei schaden. In Ausnahmefällen ist beim Besuch des Kassierers oder eines höheren Funktionärs ein roter Teppich gestattet. Der wohlmeinende Sozialdemokrat baut sein Eigenheim nie mit Wüsten rot. Wofür geben wir sonst Entwicklungshilfe? Im Lokal. Der wohlmeinende Sozialdemokrat nimmt in der Öffentlichkeit nie verfängliche Speisen oder Getränke zu sich. Etwa rote Rüben, Rotkohl, Rotwein, Roten Pfeffer oder gar rote Grütze. Überhaupt hat zu viel Grütze schon manchen wohlmeinenden Sozialdemokraten auf die linke Bahn geworfen. Sport. Der wohlmeinende Sozialdemokrat treibt nie Sport in Aktionsgemeinschaft mit Kommunisten. In Ausnahmefällen darf mit angehörigen maoistischer Fraktionierungen Ping-Pong gespielt werden. Es ist jedoch vorher stets zu prüfen, ob der maoistische Partner der Linie Ping- oder der Pong-Fraktion angehört. Umgang mit verkappten Kommunisten. Der wohlmeinende Sozialdemokrat meint den Umgang mit verkappten Kommunisten oder sogenannten linken Sozialdemokraten. Wie Steffen, Ristock, Dröscher oder Vogt. Diese sind oft am gefährlichsten. Ein linker Mahlkampf à la Schleswig-Holstein birgt oft die Gefahr in sich, dass dann der Stimmanteil der SPD rapide um 1,6% hinaufrutscht. Eigene Meinung. Eine eigene Meinung hat der wohlmeinende Sozialdemokrat sicherheitshalber nicht. Man weiß nie, wohin das führt. In Ausnahmefällen darf der wohlmeinende Sozialdemokrat eine abweichende Meinung haben, vorausgesetzt sie weicht nach rechts von der Parteilinie ab. Wussten Sie schon, dass Willy Brandt jetzt aus der SPD ausgeschlossen werden muss? Er hat in Moskau zusammen mit Kommunisten ein politisches Papier unterschrieben. Herr Stadtrat Emil Schmidt-Piepe, hierorts Rathaus. Sehr geehrter Herr Schmidt-Piepe, wie ich vom Kollegen Schmidt-Piepe in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Öffentliche Dienste Genuss und Verkehr erfuhr, ist hierorts die Errichtung eines Eros-Centers von privater Seite geplant. In meiner Eigenschaft als Bürgervereinsvorsitzender muss ich gegen dieses Projekt in aller Form schärfsten Einspruch einlegen. Zumal der Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft des allseits beliebten Papikaner-Klosters geplant ist und der Eigentümer als noch nicht einmal acht Jahre hier ansässiger zu Recht als ortsfremd bezeichnet werden muss, darf ich Sie im Namen des Bürgervereins zu einer offenen Diskussion mit anschließendem Essen einladen. Mit freundlichen Grüßen Emil Schmidt-Piepe, Bürgerverein. Herr Dr. Emil Schmidt-Piepe, hierorts Bürgerverein, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt-Piepe, in meiner Eigenschaft als Stadtrat muss ich Ihnen Ihre Eigenschaft als Vorsitzender des Bürgervereins mitteilen, dass ich mir Ihre Sache nicht anzunehmen vermag, da unsere Stadt aus verständlichen fiskalischen Gründen die Neuansiedlung eines Gewerbebetriebs gleich welcher Art jederzeit begrüßen muss. Ich hoffe, wir können die Problematik einmal in aller Ruhe, vielleicht beim Essen, bereden. Mit freundlichen Grüßen, Emil Schmidt-Piepe. Schmidt-Piepe, Gewerkschaft, öffentliche Dienste, Genuss und Verkehr hierorts. Lieber Emil Schmidt-Piepe, deine Haltung als Gewerkschafter zum geplanten gemeinnützigen Projekt Neuer Horizontale erscheint mir in meiner Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied der Federkern AG gelindig gesagt unverständlich. Bedenke bitte, dass unser Betrieb als größter Arbeitgeber am Ort schon vor geraumer Zeit einen umfangreichen Matratzenlieferungsvertrag für das Projekttest abgeschlossen hat. Ein kurzfristiger Wegfall des Lieferungsvertrages würde zwangsläufig eine Produktionseinschränkung bedeuten und uns damit kurzfristig in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Überlege doch einmal, ob du deine Sicht der Dinge als Gewerkschafter nicht im Interesse der Sicherung der Arbeitsplätze, der bei uns im Betrieb noch beschäftigten Mitarbeiter nicht noch einmal revidieren solltest. Gern würde dir unsere Firma die Dinge einmal anhand einer Betriebsbesichtigung mit anschließendem Mittagessen vor Augen führen. Emil Schmidt-Piepe, Federkern AG, Aufsichtsrat. In Ihrer Eigenschaft als Vorstand des Bürgervereins ganz auf Ihrer Seite. Lassen Sie uns die Angelegenheit doch mal in Ruhe bei einer guten Flasche Wein besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Emil Schmidt-Piepe, Mitglied des Landtags, Mitglied des Landtagsausschusses für Ordnung, Sauberkeit und Regel. So, und ich würde sagen, jetzt beziehen wir noch mal als Parteistellung. Kommst du noch mal rüber, ja? Wir schreiben das gleich in einem durch. Herrn Emil Schmidt-Piepe, MDL über Landtagsfraktion hierorts. Lieber Parteifreund, dass deine gestrige Rede über den Sittenverfall unserer Partei viel genutzt hat, darüber hege ich persönlich selbstredend keinen Zweifel. Du solltest aber einmal überlegen, ob es sinnvoll ist, wegen des an sich unbedeutenden Vorhabens in der Klosterstraße eine Grundsatzdebatte im Plenum zu riskieren. In alter Verbundenheit, dein SP, Parteivorstand der Freichristlich-Sozialen Partei Deutschlands. Dr. Emil Schmidt-Piepe, Federkern AG, Aufsichtsrat hierorts. Lieber Doktor, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kegelvereins danke ich Ihnen auch im Namen der Kegelbrüder noch einmal sehr herzlich für die gestrige Einladung und den gelungenen Abend. Unser Verein ist nun auch der Auffassung, dass in unserer Stadt noch viel mehr für freie Freizeitgestaltung getan werden muss. Der Mensch braucht auch mal Entspannung. Wir werden diese Meinung auch stets öffentlich vertreten und haben eine Leserbriefkampagne in der Lokalpresse gestartet. Mit meinem Freund, dem Chefredakteur, habe ich schon gesprochen. Emil Schmidt-Piepe, Kegelverein. P.S. Lieber Emil, die Blonde mit den großen Rathaus. Lieber Emil, trotz einiger Bedenken, die du ja kennst, freue ich mich, dir an meiner Eigenschaft als ÖDV-Vorstandsmitglied mitteilen zu können, dass der Vorstand auf seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen hat, dem öffentlichen Vorhaben Klosterstraße keine weiteren Bausteine oder Erdenmeeren in den Weg zu legen, unter der Voraussetzung, dass den Kolleginnen des Hauses dort verstärkt die Möglichkeit gegeben wird, der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Genuss und besonders Verkehr beizutreten. Auch müsste jetzt endlich einmal Klarheit darüber geschaffen werden, wann denn nun endlich die...